Hast du Raab gesehen? Ja, lasst uns über Raab reden. Ich habe natürlich Raab gesehen. Ich habe mir das komplette Ding reingezogen, inklusive Pressekonferenz. Ja. Also. Ich habe da ganz schöne mixed feelings, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber zum einen muss ich erst mal sagen, ich war früher ein riesen Stefan-Raab-Fan. Also noch vor TV total, weil als er anfing mit Viva Sion bei Viva, mal gucken, bis zu der Anfangszeit von TV total, war Stefan Raab tatsächlich, ja, ich würde sagen sogar ein Vorbild. Und vielleicht auch mit ein Grund, warum ich überhaupt vor die Kamera wollte. Also Stefan Raab, Harald Schmidt, das waren so zwei, die mich richtig geprägt haben. Und es gibt nicht so viele in Deutschland, wo ich, zu denen ich so, ja, aufgeschaut klingt ein bisschen, klingt ein bisschen hochgestochen, aber wo ich gesagt habe, so wie die. Ich habe auch, glaube ich, eher unterbewusst, oft als in meiner Anfangszeit bei Giga, wenn ich mir so alte Videos von Giga und so angucke, merke ich, dass ich auch so, zum Beispiel Stefan Raab, auch nachgemacht habe. Also so in seiner, so in seiner Art, wie er spricht und wie er so, ähm, keine Ahnung, wie der einfach so drauf ist. Ähm, ähm, ja, und dann, also insofern bin ich durchaus, ähm, Freund von Raab gewesen, muss aber sagen, dass dann so im Laufe der TV-Total-Jahre hat er mich so ein bisschen verloren. Ähm, also ich will nicht sagen übersättigt, aber das war dann irgendwann so am Ende, die letzten Jahre TV-Total, habe ich ehrlich gesagt kaum noch geguckt. Also da war zum einen, wirkte Stefan Raab nicht mehr so wirklich motiviert so und hat das so runtergedudelt und irgendwie hat sich das Format auch überhaupt nicht weiterentwickelt. Es wirkte so echt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, hat mich einfach nicht mehr so gebockt. Und auch dann diese ganzen, äh, ähm, Wok-EM und wie das alles hieß, äh, das habe ich ehrlich gesagt nicht mehr verfolgt. Das waren dann so Riesen-Werbeshows mit Promis, die mich alle nicht interessiert haben. Das hat mich, das habe ich nicht geguckt. Was ich noch gerne geguckt habe, war am Anfang so Schlag den Raab, weil das einfach auch ein cooles Konzept war und ich einfach diesen Competition-Faktor mit einem ehrgeizigen Raab mochte. Da konnte ich mich auf jeden Fall auch wiedererkennen. Wir hatten ja auch, äh, mit Beef sowas ähnliches. Ich weiß gar nicht, was zuerst war. Ich glaube, wir waren vor Schlag den Raab. Kann ja mal jemand nachgucken. Wann war Schlag den Raab, wann war Beef? Aber so egal. Dieses kompetitive, äh, Ding, ähm, wo aber dann so ein normalsterblicher eben wie, äh, Stefan Raab an, angetreten ist. Das fand ich ganz cool. Äh, das hat mir Spaß gemacht. Aber dann habe ich es irgendwann auch, äh, weiß ich nicht. Hab dann auch irgendwann nicht mehr weitergeguckt, so. Schlag den Raab war 2006 erste Saison. Okay, dann war der auf jeden Fall vor uns. Beef war 2009. Shit. Dann haben wir wohl geklaut. Stefan Raab hat Competition erfunden. Krass. Ähm, ja, keine Ahnung. Also so erstmal zum Background von mir zum Thema Stefan Raab. Ähm, ähm, also, ich war jetzt am Ende nicht mehr der krasseste Fan so, aber ich war auf jeden Fall auch kein Hater oder so. Äh, ich fand dann, als er dann abgetreten ist, also als er dann sich zurückgezogen hat und gesagt hat, ähm, ich, äh, höre auf mit Fernsehen sozusagen, äh, da fand ich den Schritt nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Der hatte einfach alles erreicht. also sowohl im Fernsehen als auch im Musikbereich. Der war steinreich. Der hat, äh, irgendwie den Bundesvision Song Contest gewonnen. Er hat das Fernsehen revolutioniert. Somit schlagt den Raab da nochmal eine Samstagabendshow irgendwie ins Leben gerufen, die, äh, ja, seinesgleichen suchte. Ähm, war erfolgreicher Produzent, hat irgendwie hunderte oder tausende Late-Night-Sendungen gemacht, hat da auch so viel Kreativität reingebracht. Ähm, ja, mit seinen Nippeln hat er im Prinzip das Meme in Deutschland, äh, erfunden, wenn man so will. Ähm, also der hat so viel abgeliefert und gemacht, dass ich das irgendwie nachvollziehen konnte, dass der dann irgendwie sagt, so Leute, ähm, ich hab genug, ich zieh mich mal zurück aus der Öffentlichkeit. Du hast auch irgendwie bei ihm gemerkt, da ist so ein bisschen der Drive weg, die Motivation. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand das damals total nachvollziehbar auf jeden Fall, äh, dass der, dass der sich zurückgezogen hat. Ich fand's dann schon, in der Konsequenz fand ich's krass, muss ich sagen. Also, ähm, dass der dann so komplett von der Bildfläche verschwindet, dass man so gar nichts mitkriegt, aber auch irgendwie auf eine coole Art und Weise sehr konsequent. Also, er hat ja dann auch kein Social Media gemacht oder so. Da sieht man mal, da sieht man mal, dass wenn man so als Prominenter, ähm, sich so zurückziehen will, dann geht das auch. Zwinker, zwinker. Ich nenne keine Namen, aber es gibt ja immer wieder Leute, die sich beschweren, dass sie, äh, äh, Opfer oder Ziel von irgendwelchen Attacken sind oder in der Öffentlichkeit angegriffen werden oder so. Ich glaube, wenn man wirklich sich zurückziehen will, dann geht das auch. Ähm, dann kann man sich auch zumindest in Deutschland zurückziehen, weil wir hier im Prinzip auch keine Paparazzis haben. Ähm, und, ähm, das heißt, das ist dann auch immer schon so ein selbstgewähltes Schicksal, ein Stück weit zumindest. Ja, und er ist dann wirklich von der Bildfläche verschwunden. Und, ähm, man hat dann wirklich jahrelang nichts mehr von ihm gehört. Und ich finde das schon auch irgendwo besonders, weil man würde ja glauben, dass so Leute, die ihr, ihr, ihr berufliches Leben oder ihre ganze Karriere im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit hatten, ähm, dass sie das auch so ein bisschen brauchen. Und auch wollen. Also, so, äh, ich weiß, das ist ja aus eigener Erfahrung so, dieses, ähm, im Rampenlicht stehen. Ähm, die Leute, die so lange im Rampenlicht stehen, die, die brauchen das auch ein Stück weit oder die wollen das auch. Und da, ähm, fand ich das dann schon bemerkenswert, dass dann so jemand wie Stefan Raab so von 100 auf 0 ist, irgendwie. Ähm, das war schon eine, das war schon bemerkenswert konsequent. Also auch wirklich gar nichts gemacht, ne? Nicht dann, so wie Harald Schmidt zum Beispiel, der dann trotzdem alle zwei Monate irgendwo in einem Panel auftaucht oder in irgendeiner Talkshow oder mal hier wieder ein Statement oder eine Kolumne oder sonst irgendwas von sich gibt, sodass man doch irgendwie im Diskurs bleibt. Sondern Raab war wirklich weg. Der war, der war einfach weg. Keiner wusste was über den, also man wusste nicht mal mehr, wie der aussieht. So wie der, das war fast schon so ein bisschen wie Michael Schumacher Style auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ja, das war schon, das war schon sehr, ähm, konsequent. Ähm, ja, jetzt dann mal zu dem, zur Comeback-Show, zum Kampf jetzt am Wochenende. Ähm, ja, das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, aus Fernseh machender Sicht war das wahrscheinlich ein voller Erfolg. 60% Marktanteil. Ähm, sauviel Werbung. Also das wird sich durchaus monetarisiert haben. Äh, dürfte wirtschaftlich für RTL auf jeden Fall ein großer Erfolg gewesen sein. Als, aus Konsumentensicht war das nix, meiner Meinung nach. Muss ich ganz klar sagen. Also, zumindest für mich nicht. Ähm, da hat dann irgendwie jedes RTL-Gesicht hat dann irgendwie ein Statement gegeben. Ähm, ähm, Elton, Buschi, Frauke Ludovic, irgendwie jeder war da, ähm, hat er mal in die Kamera gewunken, so, äh, dann, äh, Pamela Reif, die dann da mit Bauch, äh, wie sagt man, so im Bauchladen, dann nur ihre Produkte in die Kamera hält. Das war alles irgendwie, ja, eine reine Werbeshow, dann irgendwie zwei Stunden lang alte Clips von Stefan Raab, die man auch schon 80.000 Mal gesehen hat. Das war so eine typische RTL-Produktion halt. So, das hätte auch die Chartshow mit, äh, Oliver Geissen sein können. Hier ist nochmal alles, was wir eh schon kennen und im Internet einfach uns angucken können, aber wir schneiden's nochmal zusammen und strahlen's nochmal aus. Es war auch nichts anderes als so eine klassische, ähm, ja, so was, wie heißt denn, wie heißt denn das? Äh, wenn so Promis vom Greenscreen sitzen und dann kriegen sie nochmal alte Szenen vorgespielt und reacten, dann ist das im Prinzip das, was wir hier machen. Äh, bei Twitch. Ähm, ja, so Promi-Reactions auf alte, ähm, Promi-Reactions auf so alte Best-of-Szenen, Best-of-Rab oder so. Das kannst du ja machen. Also so 20 Minuten von mir aus, aber das ging halt einfach zwei Stunden. So, es war einfach zwei Stunden eigentlich komplett inhaltslos und, ähm, dann immer wieder Reporter 1 zu Reporter 2, ja, wir sind gespannt, wie er aussieht, ob er überhaupt kommen wird. Ich geh rüber zu Reporter 2, ja, wir sind gespannt, wie er aussehen wird und wann er kommen wird und wie er einmarschieren wird. Ja, wir gehen mal ab an Reporter 3. Was hältst du denn davon? Ja, ich bin gespannt, wie er aussehen wird und wann er reinkommen wird und wie der Kampf sein wird. Ja, dann gehen wir mal zurück zu Reporter 1. Ja, hier gucken wir uns jetzt mal an, was Stefan Raab dann nach seiner Zeit bei Viva gemacht hat. Ähm, Reporter 2, ja, wir sind gespannt, wann er kommt. Ja, Reporter 3, wie siehst du das denn? Ja, also wir sind gespannt, wie er aussehen wird und wann er dann kommt und in welcher Verfassung er sein wird. Wie siehst du denn das, ähm, Reporter 1? Ja, also wir sehen es auch so, wir sind gespannt, in welcher Verfassung er sein wird und wie er aussehen wird und wann er reinkommt. Ja, Reporter 2, also das ging zwei Stunden lang. Also wirklich, zwei Stunden lang. Ähm, das ging einfach fucking zwei Stunden lang, Mann. So, dann kommt Raab rein, irgendwie, ähm, wirft dann so langsam seine Kleidung weg und es war ja eigentlich klar, dass er nicht fett sein wird. Also du läufst ja nicht in einem Fettsuit rum, um dann das Fettsuit auszuziehen und darunter fett zu sein. Also war es eigentlich schon relativ klar, dass er, ähm, ja, trainiert, trainiert sein wird. Ich meine, der Typ ist steinreich, äh, hat im Prinzip keinen Job, war wahrscheinlich ein Fitnessstudio bei sich in seiner Villa, ähm, wusste lang genug Bescheid von diesem Boxkampf. Also wäre ich ehrlich gesagt enttäuschend gewesen, wenn der nicht ein bisschen fit war, auch wenn ich Respekt sage dafür, dass der mit 57 irgendwie doch relativ durchtrainiert aussah. Aber ich habe das hundertprozentig natürlich also genau so erwartet auch. Ähm, und dann dieser Einmarsch, dann kommt der Countdown, dann geht der Countdown aus Gag von eins wieder hoch, ähm, dann die, dann wird nochmal gesungen, dann fliegt nochmal Pamela Reif dadurch. Also es wurde so dieser, diese Hybris, das wurde echt so übertrieben krass. Ich verstehe, dass man es so richtig pompös machen wollte, aber man hat in dieser Pompösität, hat man halt manchmal, meiner Meinung nach vergessen, die Zuschauer mitzunehmen. So, das war einfach, also ich hatte das Gefühl, alle, also ich weiß nicht, wie es in der Halle war, aber ich wäre einfach nur genervt gewesen. So, du kommst eigentlich hin und willst ein bisschen Stefan Raab sehen und einen geilen Boxkampf und so und du siehst irgendwie nur Leute, die nicht Stefan Raab sind und ja, weiß ich nicht. Helge Schneider mit Katzenklo, okay, ich liebe ja Helge Schneider, aber das ist halt auch so, ja, weiß ich nicht. Gut, kann man sagen, Nostalgie irgendwie, nochmal so ein bisschen Entertainment wie früher, ist ja auch nicht verkehrt. So, dann kommt Stefan Raab und präsentiert sich da irgendwie und auf dieser Treppe und dann fängt er erst mal an, einen neuen Song zu performen mit Sido und Shiagu. So, ehrlich gesagt, habe ich schon wieder vergessen, wie der Song ging. Aber das war halt auch, also dann irgendwie in der Matz sagen sie noch, ja, Stefan, hast du das Vollplayback zu singen, dann singt er da und Sido und Shiagu singt dann da Vollplayback irgendwie, das war auch so eine, Paar aufs Maul, genau, Paar aufs Maul. Ja, und da habe ich schon irgendwie so gemerkt, dass sich halt auch, also, dass sich einfach die Zeit zu krass auch verändert hat. So, wir leben halt im TikTok-Zeitalter mittlerweile, im Insta-Story-Zeitalter. Wir kriegen halt ständig irgendeinen crazy Shit auf unser Handy, ähm, von talentierten Leuten, egal was es ist. Ich muss euch ja nicht sagen, welche Sachen man alles sich angucken kann. Auch Spotify gibt's mittlerweile so. Weißt du, früher war das noch was anderes so mit Musik. Du warst auch von Musik nicht so unfassbar übersättigt, aber jetzt hast du einfach jeden Song der Welt mit einem Klick zur Verfügung und dann ist dann halt so ein Paar aufs Maul irgendwie so ganz nett, vielleicht irgendwie so ganz lustig, passt vielleicht auch zu Stefan Raab so zu seiner musikalischen Biografie. Aber ich war zu dem Zeitpunkt echt so, ja, komm, können wir jetzt endlich, kannst du jetzt bitte boxen. Und dann dauert's von da an immer noch, bis der im Ring ist, dann nochmal drei Werbe, dreimal Werbeblöcke. Keine Ahnung, dann, also bis, da gingen bestimmt nochmal 25 Minuten ins Land, bis dann der Boxkampf endlich losging. Ich hab auf die Uhr geguckt, es war 22.30 Uhr. Also zwei Stunden, 15 Minuten, bis der Gong ertönte zum Boxkampf. Ja, und der Boxkampf, da bin ich vielleicht auch ein bisschen selber schuld, dass ich dann irgendwie zu viel erwartet hab, weil ich bin ja, wie ihr vielleicht wisst, ähm, großer Fan von Kampfsport, also vor allem von Kampfsport gucken und, ähm, guck schon sehr, sehr lange immer, äh, alles mögliche in dem Bereich. und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da mit der falschen Erwartungshaltung rangegangen, aber das war, selbst für ein Showfight, war das halt lame as fuck. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich kann das, das war nicht boxen, das war halt gar nichts, also das war halt, ähm, ich kann, ich konnte beide nicht ernst nehmen, ich kann nicht glauben, dass Regine Hallmich als 47.000-fache Weltmeisterin, ähm, nicht effizienter boxen kann, und ich kann nicht glauben, dass Stefan Raab es nicht hinkriegt, einmal mit Wucht einen Schlag auszuführen. Also der, der hat halt die ganze Zeit nur so irgendwie die Jabs gemacht, im Prinzip sie sich nur von der, vom Hals gehalten und Regine Hallmich hat, ähm, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, sie hat ihn nur in seine Deckung geboxt oder leicht in seinen Bauch, ähm, es hat halt absolut keinen Bock gemacht. Ich hätte, ich hätte mir halt gewünscht, ich weiß, es ist natürlich unrealistisch, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass beide 100% geben, weil, ey, dann hätte ich es lustig gefunden. natürlich kannst du es irgendwie nicht machen, weil du kannst jetzt nicht Stefan Raab, der irgendwie da seine, was weiß ich, 90, 95 Kilo wiegt oder was auch immer, kannst ihn eigentlich nicht durchziehen lassen. Weil Boxer oder nicht, Boxer sei mal jetzt egal, allein durch das Gewicht würde der sie ausknocken. Und ich stelle mir gerade so vor, was das für ein Skandal wäre, wenn Stefan Raab, aber es wäre halt auch aus Konsumentensicht, hätte ich es halt gern gesehen. Es wäre halt der absolute Knaller gewesen, wenn es Ding, Ding, Ding macht und sie kommt an und Stefan Raab wämst ihr einfach so einen Haken rein, pam, innerhalb der ersten 10 Sekunden und sie knallt einfach K.O. hin. Oder umgekehrt. Ein so Nierenschlag, pam, und er sackt halt zusammen und muss abbrechen nach 10 Sekunden. Ich hätte es, ich hätte es halt so gefeiert, wenn irgendwie sowas passiert wäre. Ich hätte es so super gefunden, aber es war halt die ganze Zeit halt nur dieses komische ich tue dir nix, du tust mir nix und nach gefühlt zwei Minuten war Stefan Raab komplett am Arsch und hat gepumpt, wie sonst war es, Und ja, war dann halt leider auch sehr langweilig und uninteressant aus der Perspektive. Wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen Profikampf erwartet, aber ich habe einen Kampf erwartet tatsächlich. Ich glaube, das war das Problem. Weil selbst wenn ein Jake Paul gegen Mike Tyson boxt, glaube ich, dass die zumindest versuchen, sich richtig auszunocken. Vielleicht geht das nicht oder so, aber ich will wenigstens das Gefühl haben, dass die es wirklich versuchen. Keine Ahnung. Ich hätte mir wirklich einen echten Fight gewünscht. Es muss keine gute Technik sein oder sonst irgendwas, aber es macht einfach, so macht es einfach keinen Sinn. Entweder die Technik der Boxweltmeisterin dominiert oder die Kraft des Amateurboxers in Anführungsstrichen, aber irgendwie, die haben ja beide kaum Kratzer gehabt. So, angeblich hat er eine gebrochene Rippe gehabt, das könnte sogar sein. Rippe bricht sehr schnell tatsächlich, aber ich fand es irgendwie, ich fand es irgendwie nicht so geil, den Boxkampf ja da irgendwie. Naja, und dann war halt der Boxkampf vorbei, kann man auch sagen, Respekt, dass er da sechs Runden durchgehalten hat oder so. Ich hab gelesen, Regina hat mich jetzt 600.000 Euro gekriegt für den Auftritt. Okay. Ja, und dann gab es die Pressevorführung und dann ist er da auch mit einem Rap-Song erstmal rein, Pressevorführung, das ist ja schon Pressekonferenz und das war auch wieder so ein bisschen komisch, weil er wollte dann, er hat dann die Leute in der Pressekonferenz, also die Journalisten dazu animiert, irgendwie dann so mitzuklatschen bei seinem Song und so weiter und das war halt nichts Halbes und nichts Ganzes meiner Meinung nach. Wenn du eine Pressekonferenz machst, dann mit Journalisten, dann muss es aber ja irgendwie objektiv sein, dann kannst du ja nicht erwarten von den Journalisten, dass die mit dir singen und tanzen und danach irgendwie investigative Fragen stellen. Also das, das finde ich halt so ein bisschen komisch. Oder du hast halt einfach Fans da sitzen, die halt mit dir feiern und abgehen. Aber das war irgendwie ganz komisch, dass er dann da so erst mal mit so einem komischen Schüttelreim-Rap dann da reinkommt, dann seine alte Band da ist, aber es hat irgendwie überhaupt nicht harmoniert. Er hat denen dann mehrmals gesagt, spielt mal leise im Hintergrund weiter, was irgendwie nicht geklappt hat irgendwie und ja, keine Ahnung, das wirkte dann schon arg eingerostet alles und irgendwie, als er dann gesagt hat, Achtung, ich mach jetzt ein Meme, ich hab am Sack trainiert. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist, ja, weiß ich nicht. Ich hab am Sack trainiert. Verstehen Sie? Am Sack trainiert. Ich hab am Sack trainiert. Verstehen Sie? Am Sack hab ich trainiert. Am Sack. Alles irgendwie, das war alles so merkwürdig und dann hat er wirklich gesagt, da ja, jetzt stellen Sie mal Fragen, wofür haben wir Sie denn hier eingeladen? Ja, und dann irgendwie hat er dann erst mal so ein Lobeslied auf RTL gesungen, dann irgendwie bekannt gegeben, dass es aber im Streaming von RTL stattfindet, also auf RTL Plus, also hinter einer Paywall. Ich mein, ich hab RTL Plus, weil meine Frau guckt ja den ganzen, äh, hier, Erdbeerkäsekram. Deshalb hab ich's tatsächlich, deshalb werd ich mir die Show natürlich auch angucken, aber das war schon auch ein bisschen komisch, dass Stefan Raab dann jetzt nach großem Tamtam irgendwie nur auf RTL Plus stattfindet. keine Ahnung. Fand ich irgendwie auch so ein bisschen underwhelming. Dann natürlich noch so ein kleiner Diss Richtung ProSieben, dass er irgendwie gemeint hat, ja, dass irgendwie eine ganze Generation jetzt hier ohne große Unterhaltung, ähm, groß geworden ist. Das ist natürlich auch schon ganz schön großkotzig, wenn man das mal, äh, so sagen darf, weil, ähm, also, das ist natürlich schon sehr vermessen. als ob er der Einzige ist, der für Unterhaltung in Deutschland gesorgt hat. Ähm, zumal ich finde, dass Joko und Klaas eigentlich seinen Weggang auch, äh, auf, zumindest auf ProSieben ziemlich gut, äh, wie sagt man, äh, kompensiert haben. Also, die haben ja auch mit, äh, wie hieß es, Zirkus Halligalli und, ähm, wie die ganzen, äh, Duell um die Welt und so weiter haben die ja nun jetzt auch zumindest auf ProSieben ordentlich, äh, abgeliefert. Also, ich glaube auch erfolgreich abgeliefert. Ähm, insofern, ähm, ja, bin ich da noch, ähm, bin ich da noch so ein bisschen unentschieden, ob dieses Comeback nicht eher ein bisschen unangenehm wird, eher cringy wird, oder ob das, ähm, ob er da wirklich, also, ich finde halt einfach nur den alten Raab zurückbringen, das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Das glaube ich, also, es wäre schon irgendwie nice zu sehen, wie ein Stefan Raab auch, in der heutigen Zeit geil Entertainment macht. So. Und ich glaube, dass es sehr interessant zu sehen ist, weil wir natürlich momentan, gerade was Entertainment und Humor angeht, in einer sehr komplizierten Zeit leben, ähm, weil sich der Zeitgeist einfach in den letzten zehn Jahren massiv verändert hat. Ähm, aber nicht nur das, also, es ist jetzt nicht nur irgendwie, ähm, weil sich der Zeitgeist verändert hat, sondern auch einfach, weil das Konsumverhalten sich komplett verändert hat und damit auch die Art und Weise, wie wir entertained werden, wie wir konsumieren, auch wie wir vielleicht unterhalten werden, ähm, also, wenn ich mal ein Beispiel aus den USA gebe, wo zum Beispiel ein Conan O'Brien dann irgendwann, ähm, gesagt hat, ich werde jetzt, äh, Podcasts machen, weil das irgendwie viel mehr zu mir passt und zu meiner Art und Weise, wie ich Entertainment machen möchte, während irgendwie so fünfminütige Interviews mit irgendwelchen Stars, die ihr Produkt vorstellen oder so, eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist und nicht mehr so das ist, was die Leute interessiert. Also, das finde ich dann auch irgendwie konsequent und interessant. Auf der anderen Seite geht er jetzt ja auch in Streaming, das kann man ja auch cool finden, dass er irgendwie sagt, pass auf, Streaming ist die Zukunft und in Zukunft gibt's da mein, ähm, mein Entertainment gibt's im Streaming. Irgendwie hat das auch, ja, was Fortschrittliches. Und dann schauen wir mal am Mittwoch, 20.10 Uhr, zur Champions League Zeit, die neue Show von Raab, mal gucken, wie die ist, ob die was kann. Ähm, ich rechne mit so einem Mix aus Schlag den Raab und wer wird Millionär. Äh, ja, keine Ahnung. Bin gespannt, wie ihr das seht, wie bewertet ihr das Comeback von Raab. Auf jeden Fall ist es ein fetter Deal, irgendwie, ähm, 90 Millionen für vier oder fünf Jahre. 90 Millionen Produktionsvolume, wahrscheinlich eher mehr. Ähm, also rein wirtschaftlich wird sich das für Stefan Raab lohnen. Und am Ende des Tages, finde ich, sollten wir jetzt erstmal die Sendung abwarten, weil dieses Einmalevent, dieses Comeback-Event, das war ein Marketing-Stunt, der hat auch aus Marketing-Sicht funktioniert. Aber jetzt muss man dann einfach mal gucken, wie die Show ist und, ähm, ja, da traue ich Stefan Raab durchaus eine unterhaltsame Show zu, ob die dann, ähm, die Abozahlen von RTL Plus so in die, äh, Höhe schießen lässt, wie RTL sich das wünscht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Er hat ja auch gesagt, dass er noch andere Sachen macht. Aber ja, schauen wir mal. Der Raab-Zeitgeist ist vorbei, so wie der Gottschalk-Zeitgeist vorbei war. Tja, meint man nicht, wird man sehen. Also es ist auch ein Fehlglaube, ähm, zu denken, glaube ich, oder ein Irrglaube, zu denken, dass immer nur gute Sachen erfolgreich sind. Im Gegenteil, ich glaube eher im Gegenteil. Womit ich ja nicht den Umkehrschluss machen will, dass alle Sachen, die erfolgreich sind, automatisch dumm sind. Was denkst du darüber, warum sich Raab von ProSieben entfremdet hat? Naja, ich glaube, er war halt einfach weg. ProSieben hat dann, ähm, also die Welt hat sich halt weiter gedreht ohne Raab und ich glaube, sie haben dann mit, wie gesagt, mit Joko und Klaas haben sie neue Gesichter etabliert, die, glaube ich, auch zur, ähm, Zielgruppe und zum Zeitgeist, ähm, vielleicht sogar besser passen als Raab. Ohne da jetzt irgendwelche Insider-Infos zu haben oder so, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass der Raab schon jemand ist und das hat er ja auch auf seiner Pressekonferenz so, es war so ein bisschen, ähm, mit Humor gesagt, aber ich glaube, da ist schon was dran, dass er die Nummer zwei hinter, hinter der Bachelorette sein möchte. Also ich glaube schon, dass ein Raab jetzt nicht vom Selbstverständnis her sich hinter Joko und Klaas sieht. ich glaube, der will schon das Gesicht und der, der Shotcaller irgendwie sein und, ähm, das hat, glaube ich, da einfach dann, hat dann irgendwie so nicht mehr gepasst. So, und dann geht's ja auch um, nicht nur um Raab selbst, sondern auch um seine Produktionsfirma und die Formate, die er produzieren will. Keine Ahnung, was da alles dann im Hintergrund noch, ähm, was da noch so eine Rolle spielt. Das ist advisory auf, wo Sie sich aktuell wenn Sie sie inhalt sondern im Tör oder im Nöhnliche ok, das war diagonale und wef an